Moin 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 Leute, ich mache heute ein neues Video, das heißt ich probiere. Heute probieren wir kroatische Süßigkeiten. Sieht so aus. Ich habe euch Halloween gekauft, also mein Bruder. Ich werde es probieren. Die heißen Kiki. Wokna Fruit. Ist das kroatisch? Wokna Fruit? Keine Ahnung. Steht Karamell Toffee. Ja, wow, wir nehmen uns das. Ich mache erstmal die Süße aus. So, nach erbitterten Versuchen habe ich es endlich geschafft. Ich probiere Erdbeere. Ich probiere jede Geschmacksform. Es gibt Erdbeere, Zitrone, Simbeere. So, hier. Schössensweite. Und jetzt hier noch. Läwig. Ah doch, da bin ich noch nicht. Und Orange. Ja, ich schüsste, das gibt's nicht? Schössensweite. Also ich probiere erstmal. Das hier. Also. Es geht. Wow This is fast-fast-place Oh, das ist wieder so gut Aber ich habe hier ein Punkt auf die Talon, ja. Ich mache kurz Pause. So, ich hab zu Ende gekauft und ich gebe dem, hm, nach dem Mal überlegen, 7 von 10 Punkten. So, kommen wir zum nächsten. Das ist Himbeere. Probieren wir Himbeere. Oh mein Gott, was ist das? Das ist doch grau, oder? Wenn es so nicht grau aussieht, sieht grau aus. Und ich spiel gerade mal hier Storyboard hin. Aber ich hab da kein Display davon. Sorry. Vielleicht mal leicht. Okay, du bist. Ich guck besser als die Himbeere. Immer wieder fast. Also ich mache immer wenig Essen und Power machen, weil bis das aufgegessen hat. Oh, das ist sauer. Oh. Hm. Ja, jetzt hab ich. Nein, ich gebe dir. Ach, von 10 Punkten. Oh, ich habe 10 Punkten. Oh, ich habe 1,5 von 10 Punkten. So, machen wir es. Oh. Probieren wir uns überlegen. Zitrone. Wetten ist nicht sauer. Wetten ist nicht sauer. Oh, das ist ganz hell. Cool. Oh, das sieht aus wie Bananen. Bananen. Hm. Hm. Du musst Zitrone. Oh. Die Zitrone ist besser. Ich mache kurz wieder Pause. Und. Also ich finde, die Zitrone war das Beste. Ich gebe den 9 Punkten. Oder noch Kumpen. Keine Ahnung. Nur 10 Punkten. So. Kommen wir zum nächsten. Oh Leute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Ich mache kurz, hier. Aber noch was ich jetzt. Das ist gut. Orange hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Und. Ich gebe ihm. Deswegen gebe ich ihm. 2 von 10 Punkten. Sorry, dass mein Haar jetzt nicht so aussieht. Ah. Also. Das war es dann von mir. Ich bedanke mich herzlich. was zuschauen und das wasser wieder die obi waren in der hund und ja das jetzt also